Oh Gott! Ähm, hallo? Kann hier niemand an der Tür richtig verschließen? Ich werde dauernd Türen aufgeben. Was ist da los? Privatsphäre und so? Geh das doch mal an. Wer sammelt denn solche Puppen? Da rennt doch jedes Kind davon. Hey, Kinders! Willkommen zu Outlast 2. Zur Demo, um genau zu sein. Ich werde mich für euch in dieses, ja doch, in dieses sehr gefährliche Spiel begeben und mich einscheißen. Play Demo! Der Mann war verletzt, auf einer strech von Höhe von 100 km. Oh, die f***? Du hast das? Wir verloren den engine. F***! F***! Jesus Christ! Ich bin nicht, Julian! Oh Gott! Oh Gott! Hey, 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 hey! Ich bin nicht, ich bin nicht! 100! 100! Ich bin nicht, ich bin nicht! Ich bin nicht, ich bin nicht! 100! Fick doch die Kacke. Fuck. Wow. Na, supi. To raise your camcorder, press right. Was? Nein? Oh. To turn on the night vision, press left. Oh mein Gott, man kann auch zoomen, dass man die verschissenen Viecher sieht, wie sie einem ins Gesicht reinrennen. Alles klar. Ich mach die mal weg, er braucht schon so ne Kamera, oder? Okay, das ist doch wirklich, äh, eine wunderschöne Ansicht hier, oder? Wow. Ich bin schon echt ein bisschen beeindruckt. Also ich fand, to walled, press spacebar while moving towards waist high objects. Okay. Ich hab ja den ersten Teil auch so ein bisschen gespielt mit Big Wallen damals zusammen und das war ja in dieser, in dieser Anstalt. Man war zwar am Anfang auch kurz draußen. Aber, ja. Das finde ich schon cool, wenn man so ein bisschen outside rum pirschen kann. Okay, ich, ach, die Kamera ist gleich leer. Geil. Hallo? I'm lost. And hurt. Hm. Sieht das nicht so gut aus, oder es hört sich nicht gut an? Vielleicht kann man... Okay, es ist zu. Jammed, it's fucking jammed, dude. Kann man da reinleuchten ein bisschen? Nicht wirklich. Halt. To run, hold, shift. Aber was konnte man da eben noch? Ah, ich kann die Batterie nachladen. Sehr gut. Vielleicht können wir hier reingucken. Hm. Na ja, okay. Dann gehen wir einfach mal weiter runter. Ob hier fernab vom Weg irgendwas ist. Das sieht so eklig aus, so. Ah, wir bleiben lieber auf dem Weg. Fuck. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas gelaufen. Also ich kann keine Geräusche im Gras machen. Das war irgendwas anderes. Oh nein. Da wird ja jetzt nicht direkt irgendwas... Komm und mich zerfisten. Shit. Okay. Was war denn da hinten? Was ist denn da vorne? 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 Oh Gott, da labert irgendwas. Who ist... Fuck. Is there anybody there? Oh nein. Please. Lass mich kurz irgendwie noch mal in der Batterie suchen. Bevor er mich fickt. Okay, ich gehe ja schon rein. Ich merke schon, dass es irgendwie... Kannst du vielleicht wieder zugehen, bitte? Oh nein, was machst du denn hier? Bist doch jetzt aber Bist doch jetzt aber nicht gestorben, oder mein Freund? Guckt ihn euch an Ich bin geliefert, wenn ich keine Batterien finde Ich sehe hier nämlich so gut wie gar nichts Oh oh Komm Du bist aber liebevoll zu mir, oder? Alter Okay gut, ist gejammt, aber da ist scheinbar auch jemand drin, der nicht will, dass ich reinkomme Das verstehe ich schon, ich gehe einfach wieder raus Hallo Diese Leute, die geflüstert haben, sind weg Das ist so eklig Ja, meine Batterie ist jetzt gleich leer Ich mache mal eh die Taschenlampe jetzt mal kurz aus Scheiße Oh Gott Oh Gott Ähm, hallo? Er geht einfach weg Halt! Wo? Oh Gott Wartet mal jetzt Mann ist das eklig Aber kein Problem für den haarigen Haribo-Bärt Ich werde einfach jetzt mal ganz genüsslich gucken Was sich hier verbirgt unter diesem Tuch Nicht kotzen So schlimm ist es nicht Ich mache kurz noch die Taschenlampe aus Solange wir hier in diesem Faden Licht umherlaufen Ich bräuchte dringend noch eine Batterie, dass wir einfach noch was haben So für die Zukunft Ach nee, jetzt Ich muss jetzt natürlich ganz klar hier in die Tür rein Kann hier niemand an der Tür richtig verschließen? Ich werde dauernd Türen aufgeben Was ist da los? Privatsphäre und so? Kennt ihr das nicht? Okay, okay, okay Alles gut Ich habe eine Batterie gefunden Geh zu Zum Glück sammeln die hier Batterien In diesem Dorf Und sie sammeln anscheinend auch Flaschen Ah, ich kann mich verstecken Wow Oh oh Ist jetzt jemand hier drin? Nee Das ist nur die Tür Ja, hier ist niemand Sehr gut Sehr gut Was ist denn das, was hier so komische Geräusche macht? Ist hier noch ein Raum oder was? Bäh Ist das hier ein Pissbucket? Bäh Ich lasse offen, dass ich mich verstecken kann Wenn es sein muss Oh Leute I'm fucking scared Oh nein Guck mal, was ist denn hier los? Das sind immer die ekligsten Die irgendwelche Puppen sammeln Das macht man einfach nicht Geh das doch mal an Wer sammelt denn solche Puppen? Da rennt doch jedes Kind davon Oh Gott Ich wollte gerade sagen Man kann Windows öffnen Und auf einmal werde ich einfach in den Tod Geschreckt Geh mal rein, ne? Aber hier ist jetzt keiner drin, ne? Sehr gut Batterien Oh nein, da ist er Die Pissbacke Hast du gesehen? Da ist er gelaufen Ganz unangenehmer Zeitgenosse Der ist wirklich Oh, was ist denn hier mit der Tür los? Ja, passt schon Wir brauchen schon Batteries Oh Gott, Batterie gleich Ding ist gleich leer Shit Gut, 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 gut Hier brauchen wir keines Okay, gut Wir gehen durch Hallo Alter Drecksack Mann, Mann, Mann Der Rabe hat mich jetzt aber schon fertig gemacht Das ist doch hier schon wieder Das ist doch der Weg Das sehe ich doch von hier Mach Leute, ungern Ich sage es mal so Ungern Natürlich muss es ein Weg Mit Grabkreuzen sein Das ist das, wovon ich gesucht habe Geh weg Geh doch einfach weg, Mann Warum Warum kuschelst du hier rum? Dann komm zu mir Und zeig dich, oder was? Ich hol meine Brüder mit Die machen dich kaputt, okay? Brontal Komm doch nicht Komm doch nicht Geh lieber weg Ich hab gar keine Brüder Satan Satanus Inni Makilde Klar Irgendwas mit Satan hier drin Okay Machen wir nicht Wir hocken uns jetzt hier hin Und kacken Leute Leute Was passiert hier? Warum? Ich dachte mir Geil Outlast 2 Demo Alter, spiele ich an Aber das ist echt Oh nein Nee Was sehen meine entzündeten Augen denn hier? Kommt mir einer hinterher? Nee, ne? Gut Oh, hier haben sie irgendein Kind geschlachtet Oh shit Oh fucking shit, dude Die Erschreckung wird gleich krass sein Ich weiß es Das sind ganz viele Kinder Oh, leck mich doch im Ärmel Nein Nein Super Ich bin hier in einem mit Kinderärschen bedeckten Raum und muss weitergehen in einen nächsten In einen nächsten Raum, wo ich wahrscheinlich sowas von zu Tote gebumst werde Nee, warum bewegst du dich, Pferdchen? Hör auf Es ist bestimmt nur der Wind Es ist nur der Wind Ich hab nochmal kurz runtergeschluckt Bevor ich mich gleich verschluck Was? Was? Okay Hey!